Wie gefällt dir dein Spitzname, Bambi? Ja, ich denke, die Frage kriege ich schon oft. Ich habe nichts dagegen. Es ist cool, dass man einen Nickname hat. Ich habe jetzt keinen Hass oder großen Lieben dazu, aber es ist ein cooler Name. Ich denke, ein paar Spieler nennen mich das. Ich weiß, die Fans rufen das auch manchmal. Ich habe nichts dagegen. Ich finde es cool, könnte es schlimmer sein. Ich habe vorgenommen, mich einfach weiterzuentwickeln. Ich denke, den Weg, den ich gehe, ist gut gerade. Und ich denke, wie alles läuft jetzt gerade, finde ich gut für mich. Ich fühle jetzt nicht so einen extra Druck. Ich will spielen, die Mannschaft helfen, denen so viele Spiele gewinnen wie möglich. Und einfach dem Team helfen. Und ich denke, ich tue mich in Situationen rein, wo ich das am besten machen kann.